hey leute was gedacht und herzlich willkommen zu diesem neuen brawl stars video hier auf meinem kanal leute und ja heute spielen wir einfach mal wieder brawl stars schon lange her seitdem ich das letzte video hochgeladen habe aber naja sagen wir erst mal hier diese tokens ein wir haben ja ein paar mehr als sonst perfekt und wir können die box aufmachen nehmen wir natürlich sofort mit und ja leider nicht sandy hier bekommen wir noch 40 gratis token doppler nimm mal auf jeden fall mal mit und was haben wir hier noch so der red wizard bar die nahe ist nicht so toll wie ich sagen spielen wir doch gleich mal ein bisschen longstar 1000 lakes können wir auch rico gleich mal dran lassen ich habe keine ahnung ich hoffe es funktioniert als andere wäre ein bisschen blöd aber ich bin zuversichtlich ok nein es lebt das gar nicht gut warum leckt das so ok ist besser jetzt bisschen ich brauche kills die legs sind da schade er hat mich bekommen naja ist noch nicht schlimm wissen jetzt erst bei einer minute 30 da oben ist ein bau so ein bisschen mal probieren ja perfekt wir haben ein kill shelly die ist so laut war gut mir abgestaubt und wir brauchen auch wieder neue kills dass die peach die kraft mich an hat es aber überlebt habe ich bin lied oh nice okay jetzt nicht mehr aber wir bekommen auf jeden fall plus trophäen stand jetzt also von dem her müssen wir uns gar nicht mehr anstrengen wohl wie nur sechs sterne haben das ist krass habe ihn das haben wir acht stellen wir sind schon wieder tot warum sterbe ich denn die ganze zeit ja batterie low machen wir mal stromspar modus uns geht uns das handy gleich aus oh man besser das internet wir halt echt schon cool aber naja genau so so da habe ich doch gerade noch jemand irgendwo gesehen anscheinend nicht ich hätte noch gern ein kill ein dann würde ich noch mitnehmen bitte komm nein oh man ein will ich noch haben noch bekommt keinen mehr schade naja dann haben wir acht sterne es reicht auch und nur noch okay oh mein gott in der letzten sekunde leider umgesprungen ich hoffe mal okay ja fünf das sind wir noch geworden das hast du bekommen zwei trophäen ist nicht toll aber beschweren können wir uns da auch nicht will ich sagen spielen wir doch mal ein bisschen duo showdown können wir auch gleich wieder mit riko spielen oder nicht ich weiß es nicht läuft so el primo dann zeigt mir was du kannst da oben haben wir zwei boxen die können wir uns auf jeden fall mal hier direkt das heißt wir haben es auch schon wieder drei power cubes damit kann man arbeiten würde ich sagen so wussten die gegner ich will gegner zerstören da ist noch eine box kann sich mein mate nachholen der bock hat nur wieder bock hat natürlich die rosa sollte tot sein ist er auch perfekt wir haben nur vier ich dachte ja fünf wir haben große auch noch getötet okay dann hat nicht müssen wir ein fünfter werden das wenn ich echt dezent kacke so aber unser bester freundes will anzeigen ist auch schon wieder am start jedes leute so dein markt ist dead ich habe gerade noch überlebt sowohl es ist dieser riko den töten jetzt natürlich sofort er schießt auch nicht das nicht toll jetzt wird sein mike gleich kommen deshalb blöd zum normal der opfert sich natürlich aber ja egal mike ist tot da oben kommen gegner peaches tot primo und auf die fresse natürlich okay wird das der erste platz ich weiß es nicht ich kann es schwer abschätzen aber mein mate ist gleich da und unten sind die beim park jubes ja erholt sie so wie ich mir das vorgestellt haben 11 power cubes und das sind die gegner drin so die kriegen ist erstmal hier eine old in die fresse rosa ist der soll nur noch hier wohl ja erster platz oh mein gott leute aber ich würde sagen das soll es auch schon für heute gewesen sein leute ich wünsche einen schönen tag spiel nicht so viel brawl stars haut rein und tschüss is ist ist hier ist d ich 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 att